Ich habe viel von meinem Opa gelernt. Mein Opa war als Kind im Krieg gegen Frankreich im Einsatz und er hat mir beigebracht, dass es nichts Wichtigeres als Frieden gibt. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das vereinte Europa ist seit 60 Jahren ein Garant für Frieden. Wölfersheim und unsere Partnerstadt Lille-Söle-Doux tragen im Kleinen dazu bei, dass die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland stark bleibt. Mit unserer slowakischen Partnerstadt Rabtscha schlagen wir auf der untersten Ebene eine Brücke nach Osteuropa. Wir stehen gemeinsam für ein vereintes Europa. Gestern, heute, morgen. Lasst uns zusammenstehen. Restons ensemble. Osteuropa. 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 Ressort Ensemble Genau! Ja!